Macht was. Das Erste. Jingle Bells, Jingle Bells. Hallo liebe Zuschauer. Jetzt sitzt sie hier, die Frau Schneider, also natürlich die Gabriele, und macht Päckchen für ihre lieben Helmke-Männer. Ich werde dieses Jahr mit meiner Mama wieder Weihnachten verbringen, diesmal wahrscheinlich am schönen Tegernsee, hoffentlich mit viel Schnee und Pferdekutschenfahrt. Vorher gibt es eben noch einiges zu erledigen. Das war mein letztes Päckchen. Jetzt mache ich hier die schönen Mützen. Die Jungs es einfach sich verdienen, dass sie mal so ein bisschen mütterliche Wärme erfahren. So, das wäre das eine. So, ihr kommt auch hier rein, für meine Lieben. Und da habe ich noch ein kleines Mützchen. Das ist ja auch süß. Hier kommt jetzt das rein und das. Und das obendrauf. Geschenke einpacken macht ja mindestens so viel Spaß, wie sie auszupacken. Die Kollegen sind nämlich im Studio und dann kann ich in die Garderoben, dann merken die es nicht und kann ihre schönen Päckchen da verstecken. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Das ist jetzt Mikis Garderobe, also der Jo Helmke. Ich hoffe, da freut er sich. Und das ist Christoph Kottenkamp. Das ist mein Helmke. Keiner da, sowas geplant. Ja, typisch mein Mann. So, mein Schatz, du bekommst den fettesten Stiefel. Mann, kriegt der Junge viel Fanpost. Wahrscheinlich von jungen Mädchen. Was ist denn das? Ach ja, süß. Okay, Gabi. Dann kriegst du jetzt was von mir. Ist ja nicht so, als wenn ich nichts für sie hätte. Lasst euch auch gut gehen.